Droht die zweitgrößte Bankenkrise in den USA? Stirbt mit dem USDC Stablecoin der nächste große Player am Kryptomarkt? Und wieso hat das Versagen der Silicon Valley Bank Auswirkungen auf Krypto? In dem heutigen Video wollen wir einmal die Geschehnisse der letzten Woche aufarbeiten und Antworten auf all diese Fragen finden. Zum Ende der letzten Woche jagte eine bärische News die andere und auch der traditionelle Markt blieb davon nicht verschont. Denn nachdem am vergangenen Mittwoch die Silvergate Bank ihren Betrieb offiziell eingestellt hatte, folgte am Donnerstag die Schließung der Silicon Valley Bank durch US-Staatsbehörden. Wenn die Silvergate Bank als die Bank des Kryptosektors angesehen werden kann, ist die Silicon Valley Bank die Bank der Startups. Viele Startups arbeiten also mit dieser Bank zusammen, um zum Beispiel ihr Kapital aus Finanzierungsrunden bei der SV Bank zu sichern. Und da sind auch große und bekannte Namen dabei. Roku zum Beispiel hatte laut eigenen Angaben 26% In-Cash-Reserven bei der SVB geparkt. Roblox, eine der größeren Online-Spieleplattformen, meldete 5% Cash-Reserven in SVB zu halten. Und auch das Raumfahrtunternehmen Rocket Lab verzeichnete 7,9% Exposure in der Silicon Valley Bank. Und besonders nach der Corona-Krise haben viele Startups hohe Finanzierungen erhalten, was auch in der Bilanzsumme der Bank zu erkennen war. Die Einlagen bei der SVB stiegen von 60 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf zuletzt über 216 Milliarden Dollar im Jahr 2022. Man kann hier also auch durchaus von einer Vervierfachung sprechen. Im Ranking um die größten Banken der USA belegte die Silicon Valley Bank vor kurzem also noch den 13. Platz. Wieso aber kam es nun zum Kollaps? Das lag zum größten Teil an der internen Entscheidung der Bank und den sich veränderten makroökonomischen Bedingungen. Also steigende Zinsen. Den Anstieg ihrer Kundeneinlagen wollte die Bank natürlich gewinnbringend einsetzen und entschied sich dazu für 80 Milliarden US-Dollar Anleihen zu kaufen, die eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,5% liefern sollten. Erstmal keine schlechte Idee, denn 1,5% auf 80 Milliarden US-Dollar ergibt ein nettes, passives Einkommen. Das ist aber natürlich nur dann eine gute Idee, wenn diese 1,5% auch realisiert werden können. Mit dem Anziehen der Leitzinsen durch die Fed verschlechterte sich die Rendite immer mehr, wodurch das 80 Milliarden Dollar Investment der Bank immer schlechter aussah und zu Verlusten führte. Am 8. März also meldete die Silicon Valley Bank eine Abschreibung in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar auf den Verkauf von fast ihrem gesamten AFS-Portfolio, also Available for Sale, also den zur Veräußerung verfügbaren festverzinslichen Wertpapieren in Höhe von 21 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich sind die extrem hohen Bewertungen der Startups, deren Kapital die Bank verwaltete, auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Durch die straffere Geldpolitik, die ich hier auch immer, immer wieder in meinen Videos besprochen habe, sind die Bewertungen der Startups entsprechend stark abgestuft worden, was die Einlagenseite der Bank unter Druck setzte. Also, hohe Verluste auf der einen Seite und wenige Einlagen auf der anderen verunsichern dann schlussendlich die Investoren der Bank, was zu einem starken Ausverkauf des Aktienkurses führte und die Aktie der Bank verlaubt binnen 5 Tage 63% an Wert. Nun fehlt nur noch die Medienaufmerksamkeit und ein paar wichtige Persönlichkeiten, die ihre Bedenken zur Sicherheit der Kundeneinlagen äußerten, um den Bankrun, wie er im Buche steht, wahr werden zu lassen. Das erfolgte dann aber auch wie zum Beispiel durch Peter Thiel, Milliardär, Investor und ehemaliger Gründer von Paypal, der dazu rat, die Gelder von der Bank abzuziehen. Doch was ist eigentlich ein Bankrun? Also, einfach erklärt ist ein Bankrun, wenn viele Kunden der Bank ihr Geld versuchen gleichzeitig abzuheben, weil sie zum Beispiel Angst haben, dieses zu verlieren. Jetzt muss man aber auch wissen, eine Bank verleiht das Geld ihrer Kunden zum Großteil weiter, weshalb sie nicht die nötigen finanziellen Mittel hat oder direkt bereitstellen kann, sollte es zu dem Fall kommen, dass alle gleichzeitig ihre Geldeinlagen einfordern. Warum ist nun aber auch der Kryptowährungsmarkt mal wieder betroffen? Und was hat das Ganze mit Stablecoins wie dem USDC zu tun? Und hier haben wir im Grunde genau dasselbe Szenario. Da USDC 1 zu 1 mit dem US-Dollar hinterlegt ist, muss die Firma hinter dem Stablecoin, in diesem Fall Circle, dafür sorgen, dass diese Einlagen vorhanden sind. Das bedeutet, wenn im schlimmsten Falle alle Investoren, die ihre US-Dollar für USDC Stablecoins eingetauscht haben, diese wieder umtauschen wollen, muss Circle diese Auszahlung auch bedienen können. USDC zählt zu den größten bestehenden Stablecoins und hat eine Marktkapitalisierung von aktuell 37 Milliarden US-Dollar. Das ist der Stand vom 11. März. Diese Summe wird also aktuell von Circle verwaltet. Und wie tun die das? Na, am besten, indem sie das Kapital sicher parken und im besten Falle damit noch ein paar Profite einfahren. Und was gilt als sichere Möglichkeit, sein Geld zu parken? In erster Linie Staatsanleihen und nur zum Teil banken. Wir sehen ja, was passieren kann. Circle lagerte also neben den normalen Staatsanleihen aber auch rund 25% ihrer Einlagen bei US-Banken. Leider war hier aber auch die Silicon Valley Bank dabei. Und mittlerweile wurde bestätigt, dass Circle rund 3,3 Milliarden US-Dollar dort liegen hatte. Da der gesamte Sektor aufgrund des letzten Jahres super sensibel geworden ist, was Insolvenzen und Ansteckungseffekte angeht, sogenannte Contagion Effects, sind viele auf Nummer sicher gegangen und haben ihre USDC gegen andere Assets eingetauscht. Eine Art Bankrun sorgte schlussendlich dafür, dass der Stablecoin seine Parität zu US-Dollar nicht mehr 1 zu 1 aufrechterhalten konnte und bis auf 85 Cent, so zwischen 85 und 88 Cent einstürzte, je nachdem, auf welcher Börse man handelte. Und auch andere Stablecoins, wie zum Beispiel der DAI, gerieten unter Druck. DAI ist ein dezentraler Stablecoin, der zum Teil auch mit USDC hinterlegt ist. Die Sorgen um USDC betreffen dementsprechend auch Stablecoins wie DAI. Witziger Funfact an dieser Stelle, sechs Jahre lang wurde nun schon darüber gesprochen, dass Tether, also USDT, eine tickennde Zeitbombe ist, nicht gedeckt ist und eine reine Gefahr für Krypto darstellt. Auch wenn die Anschuldigungen gegenüber Tether nach wie vor im Raum stehen, ist es doch interessant zu sehen, dass Tether aktuell von so ziemlich allen Marktteilnehmern favorisiert wird. Das sieht man übrigens auch daran, dass Tether nicht eingestürzt ist, sondern vielmehr über einem Dollar notiert hatte. Wie geht es nun weiter? Kommt ein weiterer Crash oder sieht es eher nach Erholung aus? Aktuell sieht es schon etwas positiver aus, als noch vor dem Wochenende für Circle und USDC. Am Sonntagabend haben die US-Regierung und die US-Regulierungsbehörden Schritte unternommen, um die Auswirkungen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank auf das Finanzsystem zu begrenzen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Bankwesen zu stärken. Die gemeinsame Erklärung von US-Finanzministerin Janet Yellen, dem Vorsitzenden der Fed Reserve Jerome Powell und dem Vorsitzenden der Federal Deposit Insurance Corp FDIC Martin Grunberg sichert den Anlegern den Zugang zu ihren Geldern ab dem 13. März zu, nachdem die FDIC und die Federal Reserve Empfehlungen ausgesprochen haben. Jeremy Allaire, der CEO von Circle, hat dann heute Morgen auf Twitter auch verkündet, dass das Unternehmen das Engagement US-Notenbank zur Stabilisierung des Bankensystems begrüßt und dass die Einlagen bei der Silicon Valley Bank zu 100% sicher sind. Allaire gab auch bekannt, dass die USDC-Reserven von Circle nun verfügbar sind. Diese Aussagen haben erstmal für Entspannung an den Märkten gesorgt, sodass USDC seinen Pack fast wieder gewinnen konnte. Tatsächlich hat Bitcoin sogar davon profitiert und stieg von 19.600 Dollar vom Freitag auf aktuell 22.300 Dollar. Diesen Montag, den 13. März. Was solltest du als Kryptoanleger nun daraus lernen? Neben der Tatsache, dass uns wieder einmal mehr vor Augen geführt wurde, dass kein Stablecoin zu 100% sicher ist, konnten wir sehen, dass Banken das auch nicht sind. Unser Fiat-Geldsystem funktioniert nur so lange, wie Banken zahlungsfähig bleiben und die Leute das Vertrauen nicht verlieren. Zwar scheint es, als sei Circle nochmal davongekommen und ich gehe auch davon aus, dass diese Situation langfristig Circle und somit auch USDC stärken werden, dennoch gilt eins nie zu vergessen. Der Fall Lehman Brothers hat uns eins gezeigt. Too big to fail gibt es nicht. Nichts ist zu groß, um zu scheitern. Und Freunde. Und da will ich auch keine Panik machen, aber der Zusammenbruch von Banken hat große Auswirkungen auf andere Krypto-Player, wie z.B. zentralisierte Börsen. Denn auch die sind oft abhängig von Banken. Sei dir deshalb bewusst, dass weiterhin negative Nachrichten durchaus realistisch sind die nächsten Tage. Doch, und das ist auch etwas, das wir in unserer Investoren-Community immer wieder sagen, Bitcoin und Altcoins sind zwei verschiedene Welten. Über all diese Dinge, über die wir hier gerade sprechen, müssen wir uns bei Bitcoin keine Sorgen machen. Bitcoin wurde nämlich genau dafür erfunden. Es gibt keine Firma, die hinter Bitcoin steht und zentralisiert die Geschäfte leitet, wie das z.B. bei Banken der Fall ist. Also wichtig, Bitcoin und Altcoins sind nicht dasselbe. Natürlich sind Altcoins eine super Chance, große Renditen zu erzielen, vorausgesetzt, man weiß wie. Dennoch gilt, dass gerade bei Altcoins Gewinne mitgenommen werden müssen, um dann z.B. wieder in Bitcoin zu reinvestieren. Denn wenn du bis dato für dich noch nicht die richtige Strategie gefunden hast oder wenn dich die aktuelle Situation gerade stark verunsichert, dann melde dich doch einfach mal für ein kostenfreies Strategiegespräch und wir schauen gemeinsam, dass du eine klare Strategie für deine Kryptoanlagen bekommst, mit der du auch wirklich profitabel bist. Bis dahin, alles Gute.